Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es wieder ein Paletten Video. Ja, ich stelle euch ja regelmäßig meine Paletten Sammlung vor und swatche mit euch zusammen meine Paletten. Natürlich, damit ihr wisst, was da natürlich auch Sache ist. Und ja, heute habe ich eine ganz, ganz schöne Revolution Palette. Make-up Revolution London. Mit diesem Schmetterling drauf und die finde ich wunderschön. Guck mal. Hell, dunkel, hell, dunkel. Ja, die finde ich wunderschön. Die habe ich noch nicht geswatcht, glaube ich, mit euch. Ich mache die mal auf. Nein, doch. Die hatten wir aber nur zwei, drei Farben. Da sind auch Schmetterlinge drauf. Ach, das ist so schön, ne? Da sind Schmetterlinge drauf gestanzt. Könnte da ziehen. Jetzt ein bisschen unscharf, ne? Hallo, mach mal scharf. So? Ja, die hatte ich, als ich bei Pink Panda bestellt habe, in meiner Mystery Box drin, was ich dazu geschenkt bekommen habe, da hatte ich die Revolution Palette drin. Und die swatchen wir jetzt. Sie hat jetzt nur zwei, vier, sechs, acht Farben. Das ist natürlich eine kleine Palette. Und ja, das sind acht Farben, die, also denke ich mal, aber auch schöne Looks machen. So ist das nicht. Und wir fangen dann wirklich mal an. Also, wir fangen an mit dieser Farbe hier vorne. Ja, genau. Ich weiß schon gar nicht, wo ich hin will. Da ist so ein Schmetterling drauf. Tut mir wirklich leid, dass ich den jetzt kaputt machen muss. Aber das ist so. Schön war ich. Also, die Paletten von Revolution, die sind schon schön, muss man sagen. Das ist eine matte Farbe. Jetzt kommen wir hier ins Glänzen da rein. Oh. Also, den kannst du auch locker als Highlighter nehmen, ne? Dann haben wir hier so eine Setting Farbe. Sehr schön. Sehr schön buttrig. Damit kannst du super setten. Und dann habe ich hier so ein, ja, bräunlich, grünlich. Da muss man gucken. Da hat man bestimmt Fallout. Der krümmelt so ein bisschen schon. Und hier wieder ein Goldton. Den habe ich, glaube ich, gefühlt fast in jeder Palette von mir. Das ist ein Goldton. Und ja, ein sanftes, sehr sanftes Lila. Sehr sanftes Lila. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir auch ein schönes Gold. Dann habe ich ja hier diesen Setting Ton. Ach, der ist schön. Ja, damit kannst du super setten. Dein Augenlid. Super. Super. Und hier dieses Goldgrün-Braun. Auch sehr schön. Und jetzt halt dieser pure goldene Ton. Ja. Also, da kriegst du. Dezent? Ne. Also, einen dezenten Look kannst du damit nicht schminken. Außer halt, ja, doch mit dem mit dem Lila. Hupala. Hallo? Hallo? Was hänge ich denn so? Hallo? Außer mit dem Lila, da kannst du, ja, doch ein Look schminken, der etwas dezenter ist, ne? Ja. Und jetzt habe ich hier noch so ein, hm, braun? Ja, ich würde sagen, braun, ne? Mit dem süßen, schönen Schmetterling drin. Ein richtig dunkles Braun. Ach, das ist buttrig. Also, die Palette von Revolution, die finde ich echt mega, ne? Dann habe ich hier dieses auch schöne, hm, kupferfarben und dieses rot. Dieses rot schimmernd ist schon toll. Das sind super Farben. Also, die drei sind echt super Farben. Und jetzt haben wir hier dieses braun. Damit kannst du auch wirklich mit der Palette auch Smoky Eyes schminken. Und dann... I love it. I love it diese Farbe. Und, äh, ja, das rot, ne? Das ist, das ist rot. Das ist so schön, ne? So schön. Also, die Palette muss ich echt sagen. Ähm, ich werde euch den Preis ja natürlich dann, ähm, ja, mit einblenden. Ist ja ganz klar. Also, jetzt nicht hier einblenden, sondern am Anfang ist er immer mit eingeblendet. Äh, wenn ich ihn finde, ich hoffe, weil die halt, äh, ja, eine Mystery Box war. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was die gekostet hat, ne? Ich habe sie halt geschenkt bekommen, obendrauf zu meiner Bestellung. Aber, äh, eine wunderschöne Palette, die sich auf jeden Fall auch lohnt, wenn es die, äh, so ist die. Und, wartet mal eben, ich kann die hier hinten, kannst du das noch aufmachen? Achso, da sind die ganzen, ja, alles klar. Ah ja. Inhaltsstoffe. Okay. Okay, okay. Also Revolution, ähm, ja. True Glamour heißt die, ne? Steht hier hinten noch mal drauf. Und ist auch, ist auch schwer. Also, ich, äh, einiges ist, sind, einiges ist in dem Fännchen immer drin. Und, ja, es ist einfach schön mit diesen Schmetterlingen drauf, ne? Super toll. Ja, meine Lieben, das war's mit meinen Swatch von der Revolution, ähm, True Glamour Palette. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also, mir hat sie gefallen. Und ich finde sie sehr schön, trotz jetzt nur acht Farben, nur acht Farben, ist ja mein Gott, ne? Manche haben ja nur vier Farben. Da musst du erst mal einen Look mit hinkriegen, ne? Aber, ja, dann sind wir schon wieder am Ende dieser, äh, äh, doch etwas kleineren Palette, sagen wir mal so. Und, ja, die kann ich euch auch ans Herz legen, wenn es die natürlich gibt zu bestellen. Ich hatte sie jetzt wirklich als Goodie da mit bei. Deswegen weiß ich das nicht so genau. Aber, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, äh, ja, wenn ihr mich abonnieren würdet. Seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn natürlich neue, äh, Paletten bei mir zu Hause einziehen. Und, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Weil, äh, ich weiß ja nicht, wann ihr mich so schaut. Ähm, manche auch zum Einschlafen. Ich bin ja ehrlich, ich mach das auch. Ja, äh, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund, werdet gesund, meine Lieben. Und, ja, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.